So, zack, und jetzt, hier einsteigen, bin schon da, du Pisser, ja, bin ich, ja, ich bin halt geil, ne? Scheiße, ich kann nicht abdrücken, ja, das klingt richtig gut, der kann Gedanken lesen, okay, was soll ich jetzt, achso, ist vorbei, alles klar. Sehr gut, dann kommt jetzt mal wieder hier, äh, vom Sound her eine super Zwischensequenz hier. Scheiße, ey, das gerät mich richtig auf. Oh, stepp langsam. Alter, wie mir das auf den Sack geht. Was erledigt ist. Wir haben höchstens eine Stunde, um hierher zurückzukommen. Danach müssen Sie zu Fuß nach Hause. Kein Po ist jetzt entscheidend, meine Herren. Wir verlassen die Stadt. Okay. Ich unterbreche kurz. So, ich bin wieder da. Hopp. Alles klar, ich hab jetzt mal noch was an den Einstellen rumgeschraubt. An den Einstellen. Nein. Ich will nicht die Hämmer. Die ist zwar ganz geil, aber... Ich nehm lieber einen Stuhl. Oh. Bambambambambam. Ja, die Waffe ist heftig. Ähm, ich hab ein bisschen was an den Einstellungen rumgeschraubt, eben nach der Zwischensequenz. Ich hoffe, dass es jetzt, ähm, gleich besser läuft, das nächste Mal. Mal schauen, ne? Naja. So, Munition voll. Granaten voll. Bam! Genauso öffnet man Türen. Angriff! Okay, umsehen. Was kommt jetzt? Deckung! Deckung! Raus aus dem Gebäude! Aus dem Gebäude! Ballern die jetzt auf das Gebäude da? Jawoll! Nice! Wie geil ist das denn? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, eins muss man denen lassen. Die wissen, die haben durchaus Stil für Explosionen, das gefällt mir. Oh, ein Dicker. Uh, das sah schmerzhaft aus. Oh, das war's. Lebt der noch? Ha. Alter. Ah, spring da rüber Pissnäcke, bleib hier Und du halt deinen Maul Wow Okay, zugegeben, das lief jetzt suboptimal Alter, ja genau, ey Hier frisst das Ja, genau am Arsch Ihr kleinen Arschkrampen Katz, Mist Pisser Nachladen sollst du, du kleine Schlampe Ja, genau Ach ja, naja, egal Ich muss ja nicht ganz von vorne anfangen, wenigstens Okay, damit scheine ich das Viech nicht zu jucken Boah, wie super ich zielen kann Scheiße Ich heiße diese verkackten Landungsschiffe Also ich finde sie sind cool Sie haben Stil und sehen schick aus Aber sie nerven mich Ehrlich mal What the fuck von Ach, da sitzt noch so eine kleine Mimose Scheiße, Energie wird knapp Oh ja, Tarnfeld aktiviert Oh ja, verpasse ich ihm so eine Tarnfeld aktiviert Schärfstattung wäre schade Klappt das So Tarnfeld aktiviert Ist der nicht zu weit entfernt Egal Ah, so sieht's aus Hier gibt's auch's Maul von mir Tarnfeld aktiviert Batterie ist online Genau das meine ich Bababababam Nummer 1 Nummer 2 Geht doch Wir sind unterwegs zu einem Treffen mit Brach Verstanden Suchen sie nach Überlebenden Und kommen sie so schnell es geht zurück Die Mord nicht Verstanden Verstanden An alle Einheiten Die brechen zum Parkdruck Los geht's Boom Zum Parkdurchbrechen Los, los So Genau darum kümmern sich ja die Raketen jetzt Zum Glück Zum Glück können die auch völlig autonom schießen So dass wir nicht in Gefahr laufen Dass der Schütze erledigt wird 300 Das war ein Commander Commander Vor allem Wui Ich kümmere mich gleich um die Tür Allerdings will ich vorher Ne 1 1 Mal schauen Ne Das eigentlich nicht Dafür Genau Laser Visier Sturm Visier Ach Ne Kämmer und Korn Ich lade mal kurz nach noch Und Hab schon wieder nichts zu trinken Hier Verflucht Achso Ist voll cool Ja dann nichts hier rein da ne Bam Okay Warum dahin auch immer Alter Schwede Ja Haben hier ganz schön was abbekommen Alter diese Beben ne Das gefällt mir irgendwie gar nicht Da kommt doch bestimmt noch irgendwas Okay das ist auf einmal einfach dicht Na gut Da kommen sie Da kommen sie So habe ich mich getan Da ist er Ach da Was Achso Habe ich ihn damit erwischt Nein Natürlich nicht Achso ja Ich sollte auch F drücken Und nicht D Gut Das scheint es gewesen zu sein Haben wir den mal sagen Juhu Cool Der ist erledigt So Kurz hier Links aufladen Ah Na Verdammt Jetzt kommen raus aus deinem kleinen Loch Jawohl Ja So Das hätten wir Ja Sehr gut Sehr gut Granaten wieder voll Munition wieder voll Sehr schön Wow Okay Das hat mir gerade nicht gefallen Da habe ich nochmal lieber neu gestartet So Damit haben wir alle Ach komm Am Arsch Das ist da Das ist da Auf den Weg Ah ja Okay Bam 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 Oh Da ist er Ich hätte auch einfach mit Granaten spammen können sehe ich gerade Na gut Hätte man mir früher sagen sollen So Mehr Katalysator Immer her damit Schießt der da Achso ich wollte gerade sagen Schießt der da etwa jetzt auf die Wand Habe ich den erwischt Nein Natürlich nicht Oh oh Scheiße ich habe keinen C4 mehr was Naja da muss der Raketenwerfer Da muss halt der Raketenwerfer her was Ja genau Alter ich muss aus der Schusslinie ein bisschen Frieden Ich komme ja gleich wieder Ganz ruhig So da bin ich auch schon wieder Siehst du So Sehr gut Haben wir das auch erledigt Dann wäre das ja geklärt Alter das ist nur von seiner Rakete Geil Ah hier ist auch noch Muni Aber ich habe voll Da ist noch Munition Was haben wir da Schweres MG Toll Ich sollte vielleicht Äh früher mal gucken Hier ist auch C4 Ich sollte vielleicht mal gucken Bevor ich hier irgendwas mache Äh was für Möglichkeiten Ich überhaupt habe Nein Fernkampf Gar Was habe ich denn überhaupt Auf meiner drauf Habe ich da einen Schalldämpfer drauf Ne kann ich gar nicht Was Was Wieso kann ich denn da Ach egal Ach Naja Weiter geht's Wir sind hier ja noch Wir sind hier noch nicht ganz fertig Ah kennen wir doch sowas in der Art Der Fernseher sieht kaputt aus Schilps Steht da Schilps drauf Schilps Auch nicht schlecht Was geht hier vor Jawoll Hier haben wir Fernkampf SCAR Fernkampf L-Tag Ich brauche gar nichts So Okay Dann raus mit den Zivilisten In Bewegung Können wir einziehen Und in Bewegung bleiben So Vorwärts Leute Bam 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 Jawoll Ich würde mal sagen Ich verschaffe mir erstmal Wieder hier einen Überblick Markieren 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 Auch noch Das auch noch Okay Hm Granaten Was Bam Ah Der kippte er um Jawoll Da konnte auch der nichts Das überleben Ja konnte auch der nicht Das überleben Ah der meint Satzbau manchmal Ne Das ist echt übel So Was haben wir denn hier So dann würde ich mal sagen Juhu Ah das war's schon mit dem Naja Wow Scheiße ey Hätte ich mich hier fast noch Selbst gekillt Da ist Muni Alles klar Hin da Hop Ja gut Dann Tore auf Muss ich das jetzt machen Oder was Ach da Okay Hier die Tore aufmachen Wir wetten die Spawn da Jetzt gerade erst Die sind ja gerade eben erst Gespawnt Ich seh's doch Achso ich soll da rein Ja ist ja gut Teils Maul Wuhu Oh ich hab nur Begrenzt Munition Ach verdammt Ich hab schon wieder vergessen Dass ich nur begrenzt Munition hab Ich muss aufpassen Nein Mit Musik Auch so toll Super Mom 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 Sehr schön Mal schauen wie es jetzt mit der Zwischensequenz ist Ich bin schonmal ruhig Ja geht doch, geht doch. Erledigen Sie das. Lief doch besser, sehr schön. Ja, Ladevorgang, mal schauen wie das jetzt läuft, mit den veränderten Einstellungen jetzt, ob das dann immer noch einigermaßen läuft oder gar nicht. Und es geht, es geht auch noch mit den Einstellungen, dann behalte ich die jetzt bei, würde ich sagen. Dann ist nämlich sowohl die Zwischensequenz als auch der Rest gut. Und hier ist ein Kontrollpunkt, deswegen werde ich hier eine kleine Pause einlegen. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.